Verbreitete Viruserkrankung Jährlich erkranken mehr als 300.000 Menschen an Gürtelhose. Krankenkassen tragen nun die Kosten, wenn sie sich gegen die Virusinfektion impfen lassen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Impfungen gegen die Virusinfektion Gürtelhose bekommen Menschen ab 60 Jahren künftig von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, bei erhöhter Gefährdung schon ab 50 Jahren. Das beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Geber, Krankenkassen und Kliniken, wie das Gremium mitteilt. Es kam einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission nach. Berücksichtigt werde so das mit dem Alter zunehmende Risiko für schwere Verläufe. Ab 50 Jahren impfen lassen sollten sich Menschen mit Grunderkrankungen wie chronischen Darmentzündungen, Nierenschwächer oder Diabetes. In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts I, zwei Impfstoffe gegen Herpeszoster für Personen ab 50 Jahren zugelassen, seit 2013 ein Lebendimpfstoff und seit 2018 ein Totimpfstoff. Der Herpeszoster-Lebendimpfstoff werde von der Ständigen Impfkommission STIKO aufgrund der eingeschränkten Wirksamkeit und seiner begrenzten Wirkdauer nicht für die Standardimpfung empfohlen. Außerdem sei der Lebendimpfstoff nicht zur Impfung von Personen mit geschwächtem Immunsystem geeignet, für das I. Gürtelhose oder Herpeszoster wird durch ein Virus ausgelöst. In Deutschland erkranken nach Angaben der jährlich mehr als 300.000 Menschen daran, rund 5% davon schwer. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team E. I. J. R.